Über der Stadt thront auf dem Hügel die Statue aus Gold, datiert auf das entscheidende Jahr. Eine gut besuchte Gasse trägt den Namen der Frau. Der historische Roman bildet Aspekte ab. Einmal im Jahr findet ein großes Volksfest statt, nur ihr zu ehren. Doch was kümmert es die Frau, welche 1458 auf dem Marktplatz als Hexe verbrannt wurde?